Und da sind wir wieder zurück bei Mass Effect, oder wie es die letzten Folgen war, rumlaufen, erzählen und rumlaufen und erzählen und rumlaufen und erzählen. Ähm, ja, was wollte ich jetzt machen? Was war hier? Rita, genau. Wir könnten ja mal mit Rita sprechen. Dadam! Irgendwie kommt mir das hier ein bisschen bekannt vor. Tudum. Geh ich hier richtig? Uh, Entschuldigung. Äh, offenbar nicht. Nein, falsche Richtung. Ohne. Geh ich mal hier noch. Sooo, da rum. Oh, gehe ich mal. Äh, was gibt's denn hier? Geh ich mal hier. Geh ich mal hier. Oh. Okay, okay. Uh. Ja, Medi-Gehl wird wahrscheinlich sehr gut. Okay, so... Ja, das fängt ja schon wieder super an. Oh verdammt! Ja, das war jetzt der erste Tod. Also nochmal. Oh, jetzt wissen wir ja, was kommt. Können wir dem Ganzen ein wenig Einhalt gebeten? Es sieht aus, es hat gebeten. Das weiß, wir kommen. Es ist überall! Wir leveln ab. Können wir ja mal gleich machen. Vielleicht bringt das ja ein bisschen was mit dem Assault Rifle hin. Soooo. Ein bisschen mehr Panzerung, ein bisschen mehr. Restore the portion of your shields even while you are under fire. Das ist doch gut. Kann der gute alte Earthnaught Rex gebrauchen. So, Garrus. Armour, Assault Rifles. Ich hab auch schon Shield-Boost. Warum hab ich das noch nicht mitgekriegt? Muss mir doch mal einer sagen hier. Auf die zwei bitte. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt so unten rechts aufs Radar schaue, doch ein paar Leute sozusagen. Ein paar mehr als ich dachte. Warte! Warp. Verrier... Ich habe das noch einen Warp-Aftien. Cool, danke schön. Scheint auch einer zu sein. Das funktioniert gerade nicht. Oh, der regeneriert sich ganz schön, das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. So, jetzt haben wir ihn. So, die beiden laden auch noch auf. Okay. Einer ist da noch. Ja, ich will wieder aufladen. Sehr gut. Was sind die anderen beiden Komiker? Da drüben? Mach jetzt mal hinter mir. Na ja, gut. So, das Ausrufezeichen sagt, hier soll jemand sein, aber hier ist niemand. Was ist denn da hinten? Ach so, da kann man drauf schießen oder wie? Gib mal so einen Weg, Jungs. Na, danke für die Hilfe. Oh, das war's gut. Oh, das war's gut. Oh Gott. Das wäre ein guter Zeit, um irgendwo anders zu arbeiten zu finden. Ja, ja, richtig. Das ist eine gute Idee. Ja, ich hätte auch nie gefühlt Fist. Es wäre besser gewesen, dass sie einfach zu töten. Schreien Menschen ist nicht immer die Antwort. So, Augenblick. Kleinen Schluck dinken. Und weiter geht's. Okay. So. Cool. Wache. 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 Es läuft gerade nicht so optimal Rex, nimm mal bitte das Sturmgewehr Halt, nimm mal bitte, nimm mal bitte Okay, vielleicht kriege ich ja... Rextein dirigiert... Nein, das war das Falsche. Hold position, achso, attack... Move! Okay, gut. Dann hold position. Don't kill me, I surrender! Hm... Hm, 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 hm. Wie gesagt, der... ...posive. Where's the quarian? She's not here, I don't know where she is. That's the truth. He's no use to you now. Let me kill him. Wait, wait, I don't know where the quarian is, but I know where you can find her. The quarian isn't here, said she'd only deal with the Shadow Broker himself. Face to face? Impossible. Even I was hired through an agent. Nobody meets the Shadow Broker. Ever. Even I don't know his true identity. But she didn't know that. I told her I'd set a meeting up. But when she shows up, it'll be Saren's men waiting for her. Ja, dann müssen wir sie unbedingt retten. Go! Give me the location. Now. You're on the wards. The back alley by the markets. She's supposed to meet them right now. You can make it if you hurry. What are you doing? The Shadow Broker paid me to kill him. I don't leave jobs. Half done. We don't shoot unarmed prisoners. How many people died because of him? He brought this on himself. Besides, we have more pressing concerns. That quarian's dead if we don't go now. Bei the next couple of we got to go now. Nevermind. What a load of animals. I don't remember what the time has been installed. But anyway, we are at least 2 in parts. So, ich mach jetzt mal einen Autosaver. Doof. Irgendwie ist das nämlich ein bisschen blöd, dass man das hier mit der Maus so komisch steuern muss. Nach links und rechts, aber es geht auch hoch, hoch und runter dabei. Steuert sich etwas seltsam, muss ich sagen. Das ist ein wenig. Sehr gut. Dann hau da mal einen Warp rein. Oh, Gareth, Alter. Ah, verdammt. Jetzt muss man sich erstmal abgewöhnen hier, dass man mehr Nachladen braucht. Bin ich hier überhaupt richtig? Ich glaub nicht, ob ich hier langen muss. Ich wundere, wenn ich hier schon wieder total falsch bin. Weil offenbar geh ich ja in die falsche Richtung. Und jetzt oder so, gegen den Weg. Okay, ich stelle es auch Lisa, nein. Und ich habe mich aufgenommen. Ich habe es nicht so, wenn ich etwas vorangehebe. Ich habe es nicht so, wie es so ist, dass ich hier ein wenig zu tun habe. Ich habe es nicht so, wie es zu tun ist. Welche Enden? Ist das ein bisschen, naja, weiß nicht. Ah, das sieht doch so aus. Keine Ahnung, das Problem ist weg. Ist das ein Band im Beziehung? Junge, 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 ist das Aiming hier? Ok